Wölfen Das ist ein und mit den Wehrschweinchen. Ich dachte wohl an Meerschweinchen, oder was? Hoppy, Galoppy Das ist ein und mit den Wehrschweinchen. Das ist ein und mit den Wehrschweinchen. 1049 Wehrschweinchen. Wir haben aber noch nicht genug Schilder, dass ich mal sagen würde, ich würde einfach eine besitzen. Aber... Meine Güte, die können ganz schön zuschlagen, die ganzen Viecher. Aber ich mit meiner Keule auch? Jawohl! Das tut mir leid, ihr lieben Viecher. Aber ich muss es doch machen. Und Level 2 Und Level 2 Halo Wildschwein Halo Wär Halo Wär Halo Wildschwein Halo Also, meine Tastatur klappert zwar noch nicht weit, aber das müsste halt in dem Fall ertragen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, wenn ich nicht ganz so viel rede. Aber es werden jetzt immer mehr Feinde. Um es mal so auszudrücken. Und deswegen muss ich mich manchmal zumindest, wenn sie nicht gerade in die Schuhe fallen, darauf konzentrieren. Ah! Munition! Und wieder ein Wolf in die Schlucht gestürzt. Ich muss ja die ganze Zeit Hunde töten. Naja, Wölfe, aber... Ich will doch gar nicht. Wow! Nicht ins... Ja, nicht genau. Nicht wie der Wolf ins Loch fallen. Sondern ganz vorsichtig und rüberspringen. Viel besser. Das muss jetzt mal sein. Oh! Ein Ende ist in Sieg. Oh! Okay! Oi, 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 oi. Ja. Das war erst das Level 2. You have 176.168 Points. Mit einem richtig warm. Puh, ich spiele das Spiel abends, so spätabends, aber trotzdem ist es noch ganz schön warm hier in meiner Dachwohnung. Ja, jetzt wisst ihr es, ich wohne in einer Dachwohnung. Könnte auch jetzt ganz toll was mal anfangen. Besucht mich mal. Ich kriege da auch Kaffee und Kuchen. Aber viel können nicht kommen, weil ich habe fast keinen Platz. Wow. Oh, das ist gemein. Na, so, Achtung. Ach, Mensch. Aber war schön viel eingesammelt. Puh, na dann. Ach ja, wie viele Schilder? Zwölf. Ich will mir die Schilder noch ein bisschen aufsparen, weil es könnte sein, dass wir die noch brauchen. Wie viele haben wir denn für unsere... 500 Steine. Deus Shield, 12. Zwölf Schilder. Naja, die... Ein paar Steine... ...dürfen wir schon mal verwenden. Aber das macht süchtig. Problem... Das Problem ist, dass man dann versucht, sie die ganze Zeit einzusetzen. Klar. Dann ist sie irgendwann leer. Das ist das Problem an der Sache. Okay, wir haben wieder Munition bekommen. Hopp! Eieieieiei! Aber das ist wieder ein Feld. Äh, okay, der... Na gut. Darf ich noch mal? Aua! Ja, ich wusste es. Einmal zu viel und schon... Aua! Verdammt. Aaaa! Aaaa! Ach, Mensch! Nein, hundertfiffti. Sieh mal. Okay. Also, Health haben wir jetzt genug. Habe ich schon gesagt. Wir dürfen jetzt nur nicht... Ähm... ...das Loch fallen. Das dürfen wir nicht. Ein Schild. Na, ist doch wunderbar! Ammunition. Ja, okay. Das konnten uns dann durchaus mal alle erhauen. Okay, drei haben mich verfolgt, äh, oder wollten mich angreifen. Und zwei sind davon in die Grube gestürzt. Äh, und der nächste. Ist ja schon fies. Slow-chop. Club. Extra points. Der Berg ist geschafft, raff, raff, schaff, schaff, raff. You have two hundred thirty one thousand thirty two points. Wir sammeln ja ganz schön. Und wieder ein Level geschafft. Oh mein Gott, das klingt so fürchterlich. Oh mein Gott. Ja, ich sag's ja, die Stimme wird noch sauer, die Hauptstimme dieses Spiels. Und jetzt haben wir das Problem. Jetzt kommen wir nämlich... Ja, ich hab's gewusst. Jetzt kommen wir nämlich in die Death World. Ich glaube, die ist ganz böse, weil... Einmal Dämonen. Oh! Einmal Renotzamos. Und wahrscheinlich sonst noch so alle Tiere. Ja, ich sag's ja. Sonst noch alle Wesen und Tiere, die es sonst noch so gab. Okay, okay, springt halt alle gleich. Also, also, so gut bin ich noch nicht, dass ihr gleich vor Angst irgendwie in den Dings hier springen müsst. Mal ganz ehrlich. Ach, wir haben ja noch genug. Und wenn das so weitergeht, dann geht er nicht mehr. Alle hopp. Wah! Ah! On Tempe! Da können wir schon mal ein paar Steine jetzt benutzen. Aber nicht verballern. Slingshot. Ja, die können wir jetzt brauchen. 500 haben wir jetzt wieder. 482 Rocks. Amnition. 489 Rocks. Okay. Den Steinschleudern, also den Steinen, scheinen die Dämonen nicht ausweichen zu können. Oh! Stopp! Extra-Strength! Das wollte ich noch unbedingt mitnehmen. Ja, warum hab ich das nur befürchtet? Das ist schon, die Dämonen nicht ausweichen. Das ist schon, die Dämonen nicht ausweichen. Das ist schon! Klopp. Amnition. Slingshot. 4. Meine Güte. Okay, jetzt muss ich doch mal ein Schild benutzen. Die bössten Dämonen. Und noch ein Links. Slingshot. Klub. Ammunition. Slingshot. Slingshot. Und keine Angst, da schmort auch nichts durch. Das ist das ganz einfache und normale Geräusch eines Insekt-Gerillas. Ich weiß, ich bin echt so ein Tierlieb, aber dafür muss es dann doch sein. Es tut mir leid und vielleicht ist es auch schlecht für meinen Karma. So. Ihr merkt schon, es wird... Springt halt alle, ist okay. Kann ich durchaus verstehen in diesem Level. Ist auch sehr viel verlangt. Also alle dann im Level aufzutauchen und auch noch einen Menschen fertig machen zu wollen. Ähm. Extra strength. Ja. Na dann. Lass... Uaah. Dein Schild musste dann doch mal wieder sein. Dein Schild. Danke. Ich bekomme wieder ein Dein Schild. Das ist doch mal nett. So. Dann. Au. Au. Da da ist sie Club Slingshot Club Extra points Okay Und durch das Portal Ui, Level 2 geschafft You have 338,843 points You have 30,843,843,843,843,943,842,942,942,942,942,948. Vielen Dank.